Meine Damen und Herren, wer sich in Fürth für Fußball interessiert, gleich ist er ein Bild, der große Macher von Eisbau-Furt, mit eigener Fußballschule zu Google unter E-Meri-Fußballschule, E-Meri-Haki-Meri. Der absolviert hier seine Positionstraining, um hier zu bleiben. Aber es kann sein, dass er ausgetrickst hat und rechtzeitig abgebogen ist. Der kennt mich gut genug, um zu wissen, da wo ich bin, da läuft auch eine Kamera, ja, vor allen Dingen, wenn es ein bisschen es gibt. Ja, schade. Könnte ohne Wind noch... Ja. Das war ein Luftloch. Könnte sein, dass du gegenwind kannst. Und zwar in die Richtung. Daher könnte sein, ganz genau. Guter Aufschlag. Aber auch nicht mehr. Guter Aufschlag. Ja. Boah. Eine bescheidene Freund von Elvis Presley. Guter Aufschlag. 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 Guter auf der shamefule Entriebe. Guter Aufschlag. Guter Avoki. Guter Aufschlag! Schmeckt Jeanette vedere. Ich habe gerade Werbung für deine Fußballschule aufgesprochen. Echt? Ja. Jetzt im Bild! Der Mann von dem in Fürth und in der Fußballerwelt alles spricht. Nein, nein. Mit Abstand, der Beste. Ja. Unser Bags nimmt man auch eine der besten Tischtennis-Spiele, die nie Tischtennis im Verein gespielt haben, die ich kenne. Was immer das heißen war. Ich gehe davon aus, dass er mittlerweile sogar gegen mich gewinnen könnte. Es ist mir nie gelungen. Da könnte er seine Null zu setzen für Langsaufbau aufbessern. Aber er kriegt nicht mehr an. Er ist hier nicht mehr. Er ist hier nicht mehr. Es ist hier nicht mehr. Es geht noch. Oh ja, das ist alles. Wie gesagt, das ist nur ein mittelmäßiger Schlag durch die Spielverhältnisse hier. Mein Freund Armin Kramer hätte ihn abgeschossen, aber wer ist schon so gut wie Armin Kramer? Der Herr, wo ist es? Den Hüftflung muss ich Endespressen unterlassen. Der Herr, wo ist es? Der Herr, wo ist es? Der Herr, wo ist es? Der Herr, wo ist es?